Wir sind für unser aktuelles Notfähchen wieder mal zu Gast hier im Tierheim Chemnitz auf dem Fahrhübel. Und diesmal geht es um zwei mittelalte Kater, Joe und Achim. Die beiden haben ihr Herrchen verloren, ist verstorben und jetzt suchen sie natürlich ein neues Zuhause, was ein bisschen mehr Qualität hat als hier die Unterbringung im Tierheim, wobei sie es sehr schön haben hier. Wir sind gerade im Außenbereich. Der Joe, der ist jetzt gerade hier draußen, wobei der Achim sich gerade drinnen verschanzt. Also die beiden müssen sich auch erstmal ans neue Herrchen oder Frauchen gewöhnen, sind ein bisschen schüchtern, sind ein bisschen zurückhaltend. Vor allem, weil hier eben im Tierheim auch immer eine ganze Menge los ist, viele Geräusche und deswegen wird ein neues Zuhause für die beiden besucht. Optimal wäre irgendwas draußen im Grünen mit Freigang, denn das sind sie eigentlich gewöhnt und vor allem sollen beide gemeinsam vermittelt werden. Weil sie die letzten Jahre ja auch gemeinsam zusammen verbracht haben und deswegen will man sie da auch nicht auseinanderreißen. Ansonsten sind sie gesund, Alter so etwa sieben, acht Jahre, schwer zu schätzen. Genauere Informationen gibt es dazu leider nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir zum Joe auch noch den Achim irgendwie hier vor die Linse bekommen. Das ist also der Achim, der zweite Teil des Herdengespanns, das das Tierheim mir gerne vermitteln würde. Wer also Interesse hat, der wendet sich hier direkt an die Damen und Herren vom Tierheim am Pfarrhübel. Drücken wir den beiden die Daumen. Vielen Dank. Vielen Dank.